Willkommen zu Jacksworlds. Heute sieht ihr die Steppe. Hallo, ich bin Jack und hier fangen wir jetzt Löwen in der Steppe. Und da ist ja die Rafari-Lodge. Wir befinden uns im Herzen Afrikas. Und wir haben super Jeeps. Krebs auf Bruder umgebaut auf RC. Gleich geht's los, wir fahren durch die Savanne. Bei denen hier sieht man nicht so gut. Wie es das wird, dass es Falschmier weinig ist. Und da ist die Feuer des Flusses der Flusses des Flusses des Flusses. Alter, es ist nicht so gut für die Flusses. Und da ist alles, wie es das Gericht bekommt. Tötrig aus den Fluss eines Flusses. Ganz egal, ganz egal. Bis zum nächsten Mal. 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 Wir haben die Löwenfamilie entdeckt. Wir betäuben die jetzt mit dem Gewehr. Mit dem Betäubungsgewehr. So krass. Wir haben die Löwen jetzt im Betäubungsschlag und räumen sie jetzt rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben die Löwenfamilie. Bis zum Einladen. Wir haben die Löwenfamilie. 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 Wir haben die Löwenfamilie.